ES-TV, Videos aus der Region. Hallo Herr Sandler, herzlichen Dank. Ja, die aktuelle Immobilien-Situation in Esslingen ist dadurch sehr angespannt, weil gekennzeichnet von großer Nachfrage, niedrigem Angebot. Wir befinden uns aktuell ja auch im Stuttgarter Raum in der sogenannten Metropolregion. Da haben wir letztlich ein Ballungsgebiet von über 5 Millionen Einwohnern, wenn man die anderen Landkreise um Stuttgart herum mit dazu zählt. Von dem her sind wir natürlich von einer hohen Nachfrage, hohen Preisen und einem geringen Angebot geprägt. Wie sieht denn die Zinssituation aus? Lohnt sich denn eine Zinsfestschreibung? Ja, wir sind aktuell in historisch niedrigem Zinsniveau unterwegs. Das spiegelt sich schon seit mehreren Monaten, Jahren schon wieder. Es ist auf jeden Fall natürlich empfehlenswert, Zinsen festzuschreiben, insbesondere in Verbindung mit einer Baufinanzierung, sodass man sich dann eben einen günstigen Zinssatz auf eine lange Laufzeit sichert. Sollte ich heute mein Darlehen auf der Zinsseite denn absichern? Das sollten Sie auf jeden Fall tun. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, 10 Jahre, 15 Jahre, sogar auch längere Zinsfestschreibungen zu machen. Man kann sogar daran denken, eine komplette Zinsänderungsrisikoabsicherung zu machen über Konstrukte wie Bausparen. Von dem her ist es auf jeden Fall empfehlenswert, insbesondere wenn man vielleicht die eigene Lebensphase so mal ein bisschen durchleuchtet, dann entsprechend auch eine Laufzeit zu wählen. Also lohnt sich denn dann auch in diesem Zusammenhang der Abschluss von dem Bausparvertrag? Der Abschluss von dem Bausparvertrag ist auf jeden Fall empfehlenswert. Da hat der Staat ja auch die Förderungen seit Anfang 2021 jetzt nochmal verbessert. Sie können mit dem Bausparprodukt im Prinzip ihre komplette Zinslaufzeit absichern, sodass man auch in 10, 15 Jahren dann nicht in die Gefahr kommt, ein Zinsänderungsrisiko reinzulaufen. Und von dem her ist es als Beimischung auf jeden Fall empfehlenswert. Wie sieht denn der Prozess von der Beratung eines Darlehens bis zur Auszahlung aus? Also der Prozess ist so, dass wir die Prüfung der persönlichen Unterlagen natürlich vornehmen, dass wir die Prüfung auch des Objektes, das erworben werden soll, vornehmen. Und dann in einem persönlichen Gespräch, das zurzeit oftmals aufgrund Corona natürlich auch telefonisch oder per Video stattfindet, dass wir da die Wünsche und Bedürfnisse vom Kunden erfragen und dementsprechend eine maßgeschneiderte Finanzierung für ihn darstellen können. Was benötige ich denn für ein Finanzierungsgespräch und welche Unterlagen müsste ich denn mitbringen? Prinzipiell ist es eine sogenannte Selbstauskunft, die die persönlichen finanziellen Hintergründe vom Kunden darstellt. Das sind insbesondere Einkommenssituationen, Ausgabenssituationen. Natürlich das Thema Vermögen, was ist momentan vorhanden, sind vielleicht andere Immobilienwerte schon vorhanden. Das wird im Prinzip alles individuell dann geprüft und die Unterlagen ergeben sich dann letztlich daraus, wenn wir eben zum Objekt entsprechende Infos brauchen und eben auch zum persönlichen Background. Wie sieht es denn speziell auch mit Eigenkapital aus? Was muss sich da mitbringen? Das ist natürlich sehr individuell unterschiedlich. Wir gehen so von der Faustformel aus, dass man 20 Prozent vom Kaufpreis als Eigenkapital einbringen sollte. Es macht natürlich manchmal steuerlich keinen Sinn, in der Höhe zu investieren, auch wenn man vielleicht das Guthaben hat. Das bespricht man aber in der Regel im persönlichen Gespräch und wie gesagt auf die Wünsche des Kunden abgestimmt. Wie hoch sollte denn die Tilgung aufgrund der niedrigen Zinsen mindestens sein? Also unsere Hausempfehlung der Grasbergkasse Esslingen-Nürtingen und auch unsere Überzeugung ist, dass wir einfach das niedrige Zinsniveau nutzen, um eine empfohlene Tilgung von mindestens 3 Prozent einzubringen. Denn dann sehen Sie nach 10 und 15 Jahren natürlich auch deutlich das Abschmelzen des Darlehens. Und man sollte aktuell einfach das niedrige Zinsniveau für eine hohe Tilgung nutzen. Jetzt mal angenommen, ich habe was zu verkaufen. Wie kann mir die Grasbergkasse denn da weiterhelfen? Beim Verkauf von Immobilien ist ein absolutes Steckenpferd der Grasbergkasse Esslingen-Nürtingen. Wir sind aufgestellt in vier Immobiliencenter auf den Filtern in Kirchheim, Nürtingen und Esslingen. Wir haben vor Ort absolute Spezialisten, die den Markt sehr genau kennen, die somit natürlich entsprechende Preise auch erzielen können. Wir sind im Landkreis Marktführer. Das heißt, wir vermitteln jährlich 350 Immobilien, Tendenz steigend. Und somit kennen wir uns natürlich sehr gut über die örtlichen Gegebenheiten aus. Wir verfügen ein sehr gutes Netzwerk und wie gesagt sehr geschulte und professionelle Makler. Das hört sich ja wirklich sehr gut an. Also ich denke, bei der Grasbergkasse ist man dann wirklich in guten Händen aufgehoben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hahn. Und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Herzlichen Dank.